Was ist die Gefangenschaft? Man zieht beide Fristen auf das Jahr 539 vor Christus. Das ist das Datum, an dem Daniel das Kapitel 9 gelesen hat. Das ist auch das erste Jahr des Darius. An diesem Datum haben die Perser Babylon erobert. Und dann ist Darius zum Unterkönig über die Landschaft Babylon damals gemacht worden. Und man geht davon aus, dass Kyros in diesem Jahr dann auch Oberkönig über ganz Persien geworden ist. Allerdings gibt es dafür gar keinen Hinweis. Also man hat weder einen biblischen noch einen außerbiblischen Hinweis darauf, dass das das erste Jahr des Kyros gewesen wäre. Und es ist durchaus anzunehmen, dass Kyros ab dem Jahr 539 noch einige Jahre neben seinen anderen Unterkönigen auch als ganz normaler, in Anführungsstrichen, Unterkönig regiert hat. Bis sie ihn dann zum Oberkönig über Persien gekürt haben, weil Kyros war sehr beliebt, ein sehr moderater Herrscher. Und man kann durchaus davon ausgehen, dass Kyros noch eine ganze Zeit lang Erster unter Gleichem gewesen ist. Und dann irgendwann auch offiziell zum Oberkönig über Persien gekürt wurde. Man kennt kein Datum dafür. Das muss irgendwann nach 539 gewesen sein. Es gibt eine Kyros-Rolle, auf der auch diese Schlacht gegen Babylon vermerkt ist und erklärt ist, warum Kyros diesen Krieg gegen Babylon geführt hat. Also diese Frist von 539 vor Christus ist allein für den Regierungsbeginn von Darius geklärt. Der Darius, der in Daniel 9 erwähnt wird. Aber dass das auch das Krönungsjahr des Kyros gewesen wäre über ganz Persien, ist nicht gesichert. Aber Liby geht davon aus und bezieht auch dann alle Fristen auf dieses Datum und kriegt dann natürlich ein Riesenproblem damit, weil dann passt die babylonische Gefangenschaft nicht mehr zu diesen 70 Jahren, von denen die Bibel spricht. Und die Bibel spricht auch davon. Wir schauen uns das auch gleich an. Das macht mich also sehr erstaunt. Und da geht es bei der Berechnung drunter und drüber. Er muss dann auch davon ausgehen, dass die babylonische Gefangenschaft nur 67 Jahre gedauert habe. Wo aber in der Bibel auch steht, dass das Land 70 Jahre Ruhe haben sollte von seinen Sabbaten. Daniel achtet auf die Jahre, die angegeben sind, in denen Jerusalem Wüst liegen sollte. Und man hat eigentlich auch ein Problem damit, wenn man davon ausgeht, dass alle diese Phasen auf Referenzjahr 539 nach Christus gerechnet werden, dass man dann auch plötzlich die Regierungszeit oder die Herrschaftszeit des babylonischen Reichs verkürzen muss. Und zwar von 70 auf 69 Jahre. Das macht Liby dann wieder mit dieser unsäglichen Umrechnung von Mondjahren in Sonnenjahre oder von, ich muss eigentlich sagen, von prophetischen Jahren in Sonnenjahre. Das ist der alte Trick, den wir schon von der 70-Jahr-Wochen-Berechnung kennen. Und da geht es wirklich drunter und drüber. Und man hat zum Schluss den Eindruck, da ist überhaupt keine Klarheit über die Fristigkeit und über die Zahlen. Und das Video hier soll so ein bisschen darüber aufklären, was man da eigentlich ansetzen müsste. Wir schauen uns zunächst mal kurz den Ausschnitt an aus dem Video, dass ihr das seht, wie Roger Liby darüber spricht. Und dann komme ich da nochmal zurück und dann kommentieren wir das ein bisschen. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Anschauen. Haben wir genau gelesen? Da steht nirgends in Jeremia, dass die babylonische Gefangenschaft der Juden 70 Jahre dauern würde. Sie dauerte auch nicht 70 Jahre, sondern sie dauerte von 606 bis Herbst 539. Aber wie gesagt, das jüdische Volk war etwas weniger, nämlich 67 Jahre in der Gefangenschaft. Wenn dann eine Umkehr stattfinden wird im Herzen des jüdischen Volkes, dann wird der Herr auf sie hören und er wird sie wieder nach Hause bringen. Und das sollte so kommen, indem eben die Meter und Perser Babylon eroberten im Herbst 539 vor Christus. Da haben sie dann den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft wieder nach Hause gehen. Ja, also Roger Liby verkürzt die Zeit der babylonischen Gefangenschaft Israels von 70 auf nur noch 67 Jahre. Und jetzt geht es darum, die Dauer des babylonischen Reichs zu definieren, auch bis auf das Jahr 539 vor Christus. Und es geht jetzt zunächst darum, das Anfangsjahr herauszufinden. Das leitet er aus Daniel 1 ab, die Regierungszeit des Königs Joiakim. Und dass Nebukadnezar im dritten Jahr Joiakims nach Jerusalem gekommen ist, der Regierungsbeginn von Joiakim war 609. Und das dritte Jahr war dann das Jahr 606, so zumindest Liby hier an dieser Stelle. Er hat dann den Beginn der babylonischen Gefangenschaft mit dem Jahr 606 vor Christus abgeleitet und rechnet dann von da aus bis ins Jahr 539 vor Christus bis Daniel 9, respektive Darius und leitet dann daraus ab, dass das dann nur 67 Jahre sind. Wir schauen uns das mal an. Und der Beginn der babylonischen Gefangenschaft wird eben beschrieben in Daniel 1. Im dritten Jahr der Regierung Joiakims, des Königs von Judah, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joiakim, den König von Judah, in seine Hand. Nun besteht mathematisch ein kleines Problem. Wie bringt man 70 rein, wenn es von 608 bis 539 war? Nun, man muss wissen, die prophetischen Jahre der Bibel, die dauern 360 Tage und nicht 365. Das sieht man zum Beispiel auch in Offenbarung 11, da geht es ja um Prophetie, nicht wahr? Und da wird gesprochen über 42 Monate, das entspricht dreieinhalb Jahren, nicht wahr? Und da wird auch gesprochen über 1260 Tage. 1260 Tage, das sind eben 42 Monate, ah genau 30 Tagen. Oder das sind Jahre von genau 360 Tagen. Das ist nämlich die Mitte zwischen dem Mondjahr, ungefähr 350 Tage, und dem Sonnenjahr, ungefähr 365 Tage. Der biblische Kalender ist eben eine Mischung zwischen Mond und Sonnenjahr. Und darum sind die prophetischen Jahre quasi die Mittlung von Mond und Sonnenjahr, 360 Tage. Und 70 mal 360 Tage passt eben rein von 608 bis 539 vor Christus. Das sind die 70 Jahre Babel. Aber wie gesagt, das jüdische Volk war etwas weniger, nämlich 67 Jahre in der Gefangenschaft. Ja, das ist die Stelle, von der ich eben gesprochen habe. Das ist das Jahr 539 vor Christus, an dem die Perser Babylon übernommen haben. Es ist das erste Regierungsjahr von Darius, wie man in Daniel 9 auch lesen kann. Es gibt allerdings gar keinen Anhaltspunkt dafür, dass Kyros II. zu diesem Datum, zu diesem Jahr, auch dann Oberkönig von Persien geworden wäre. Wie gesagt, weder biblische noch außerbiblische Quellen dafür. Und es ist durchaus möglich, dass das einige Jahre später erst geschehen ist. Genauso wie bei seinem Regierungsbeginn. Er kam ja irgendwo nach dem Jahr 559 damals als Unterkönig von Astiages, der dann später gestürzt wurde von eigentlich seinen Soldaten. Kyros hat dann die Herrschaft übernommen. Man weiß auch nicht genau, wann das gewesen ist. Das muss so um das Jahr 555 bis 500 oder zwischen 559 und 550 gewesen sein, weil da ständige Ränke und Kämpfe auch sukzessive geschehen sind und Kyros dieses Reich dann Stück für Stück erst erobert hat. In den 20 Jahren, die er dann geherrscht hat, war er auch nicht Oberkönig von Persien, sondern war eigentlich auch ein Regionalkönig, hat also seinen Status da in dynastischer Hinsicht überhaupt nicht verändert. Und das kann auch durchaus bis über das Jahr 539 vor Christus noch hinaus gewesen sein. Wenn man das unterstellt, und das darf man, man darf das historisch, man darf das auch biblisch, dann könnte man sagen, dass das unter Umständen vier Jahre später war, nämlich im Jahr 535 vor Christus. Und dann könnte man von 605 vor Christus rechnen, nicht 606 vor Christus, so wie Libi das tut, sondern 605 vor Christus, und könnte dann 70 Jahre rechnen bis 535, dass das das erste Jahr des Kyros war. Und wenn er sich da in dem Jahr dann zum Kaiser gekrönt hat, wenn man so sagen will, also zum Oberkönig über Persien, dann hätte man auch da exakt 70 Jahre babylonischer Gefangenschaft. Denn im Jahr der Krönung des Kyros zum Oberkönig von Persien hat er ja das Edikt erlassen, dass Jerusalem wieder nach Hause gehen sollte. Dann hätte man dort auch sauber diese 70 Jahre. Dann gibt es noch eine dritte Frist, und das ist nämlich die Frist, die man ermitteln kann, die ohne Tempel gewesen ist. Die schauen wir uns auch gleich nochmal an. Der Tempel ist ja zerstört worden 19 Jahre, nachdem Nebukadnezar Jerusalem erobert hat. Nebukadnezar hat im Jahr 605 vor Christus Jerusalem angegriffen und erobert. Und in den folgenden 19 Jahren haben die Könige, die dort in Jerusalem gewesen sind, ständig Ränke gegen ihn geschmiedet und sich nie an die Friedensabkommen gehalten mit dem Nebukadnezar. Und irgendwann ist ihm das zu viel geworden, nachdem er sogar einen Eid abgenommen hat von den Königen, dass sie nicht ständig Revolte gegen ihn machen. Irgendwann war ihm das dann einfach zu viel. Dann hat Nebukadnezar seinen General geschickt und der hat den Tempel zerstört und das war das Jahr 586 vor Christus. Und wenn man da auch 70 Jahre ansetzen sollte, dann kommt man ins Jahr 516, 515 vor Christus. Und das ist ziemlich genau die Zeit, in der unter Zerubabel der Tempel wieder gebaut wurde. Also hätte man auch für die Zeit des Tempels 70 Jahre. Und damit haben wir was ganz Interessantes. Wir hätten dann nämlich drei Fristen, die allesamt 70 Jahre dauern. Also wir hätten 70 Jahre Herrschaft Babylons, wir hätten 70 Jahre babylonischer Gefangenschaft und wir hätten 70 Jahre Zeit ohne Tempel für Israel. Also dreimal 70 Jahre. Und da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Was ich jetzt gerne machen möchte, ist euch das grafisch mal zu zeigen, weil das sind so viele Jahreszahlen. Das geht so durcheinander und so hin und her, dass ich das ein bisschen grafisch aufbereitet habe. Schaut euch das mal an. Ich finde, das ist ganz spannend und dann kommen wir gleich wieder hierher zurück. Ja, das ist jetzt unsere Zeitachse. Da tragen wir mal die Jahre ein, die Roger Libby in seinem Vortrag erwähnt. Das ist einmal hier im Jahr 606 vor Christus. Da hat Nebukadnezar Jerusalem erobert und im Jahr 539 vor Christus hat Kyros Babylon erobert. Das ist auch gleichzeitig das erste Jahr des Darius. Und auf dieses Jahr referenziert Libby die babylonische Gefangenschaft und die Dauer des babylonischen Reichs. Hier haben wir jetzt die 67 Jahre babylonische Gefangenschaft laut Libby von 606 bis 539 vor Christus. Und das ist die Dauer des babylonischen Reichs laut Libby von 608 vor Christus bis 539 vor Christus. Im Allgemeinen wird aber das Jahr 609 vor Christus als das Jahr gesehen, in dem das assyrische Reich unterging und das persische Reich begonnen hat. Aber wenn das babylonische Reich vom Jahr 608 vor Christus bis zum Jahr 539 vor Christus dauert, sind das keine 70 Jahre, sondern nur 69 Jahre. Und die hat Libby umgerechnet, indem er prophetische Jahre in Sonnenjahre umgerechnet hat und dann auf 69 Jahre kommt. Hier sieht man auch, warum er diese verkürzten Fristen annehmen muss, weil er beide Fristen auf das Jahr 539 vor Christus rechnet und dann für keine der beiden Fristen volle 70 Jahre zur Verfügung stehen. Also man sieht hier vorne auch fehlen eigentlich zwei Jahre noch, zwischen 608 und 606 vor Christus, aber das ist so die Rechnung, die Libby vornimmt. Jetzt ergänzen wir noch ein paar Jahre und zwar einmal das Jahr 586 vor Christus, da hat Nebukadnezar den Tempel zerstört. Ab dem Jahr 559 vor Christus taucht dann Kyrus auf, damals noch als Unterkönig von Astiages. Und dann ergänzen wir noch das Jahr 535 vor Christus, das wäre dann das erste Jahr des Kyrus. Er hat ja in seinem ersten Jahr das Edikt zur Rückführung der Juden nach Israel erlassen. Dieses erste Jahr des Kyrus wird ganz allgemein mit dem Jahr 539 vor Christus gleichgesetzt, allerdings ohne jegliche belastbare Quelle, weder in der Bibel noch in der profanen Literatur gibt es dazu Angaben. Das Babylonische Reich ist im Jahr 539 vor Christus von den Persern erobert worden und in diesem Jahr wurde Darius dann auch als Unterkönig eingesetzt. Allerdings ist nirgendwo berichtet, dass Kyrus im gleichen Jahr dann Oberkönig über ganz Persien geworden wäre. Das ist also eine reine Vermutung, die aber leider dazu führt, dass man mit den 70 Jahrwochenfristen überhaupt nicht mehr hinkommt. Ich unterstelle, dass Kyrus im Jahr 535 vor Christus zum Oberkönig gekrönt wurde. Das darf man tun, das ist zeitlich zulässig. Er ist erst im Jahr 530 vor Christus verstorben und somit ist dieses Jahr als Krönungsjahr möglich und auch erlaubt. Und wir brauchen dieses Datum später, wenn wir die Grafik, die wir hier gemeinsam entwickeln, dann auch so anpassen, dass für die Dauer des Babylonischen Reichs und für die Dauer der Babylonischen Gefangenschaft und auch für die Zeit, wo Israel ohne Tempel war, jeweils 70 Jahre ansetzen können. Ich ergänze dann nochmal hier das Jahr 605 vor Christus. Dieses Jahr 605 vor Christus ist in Jeremia 25 dreifach erwähnt worden, nämlich als das erste Jahr Nebukadnezars, das war das Jahr 605 vor Christus. Dann das 13. Jahr des Josias, des Sohnes Ammons, des Königs Judas, das war auch das Jahr 605 vor Christus. Und schließlich dann das 23. Jahr des Jeremia. Das heißt, wir haben hier das Jahr eines heidnischen Königs, eines jüdischen Königs und eines jüdischen Propheten, die alle drei auf das Jahr 605 vor Christus verweisen. Deswegen ergänze ich dieses Datum hier und ich setze für die babylonische Gefangenschaft laut Bibel an die Frist von 605 vor Christus bis ins Jahr 535 vor Christus. Und hier wird dann auch deutlich, warum ich das erste Jahr des Kyros ins Jahr 535 vor Christus lege, denn diese babylonische Gefangenschaft, beziehungsweise diese Ruhepause des Landes Israel, an dem es seine Sabbate nachholen sollte, ist laut Bibel 70 Jahre und die ersten Gefangenen wurden im Jahr 605 vor Christus weggeführt, sodass dann die Rückführung, beziehungsweise das Edictus Kyros ins Jahr 535 vor Christus zu liegen kommt. Aber so ist zumindest mal die Begründung, warum Liby für die Dauer des babylonischen Reichs nur 69 Jahre ansetzen will und für die babylonische Gefangenschaft sogar nur 67 Jahre. Jetzt überarbeiten wir die Tabelle mal. Wir verschieben diese beiden Balken, einfach weil es dann später besser leserlich wird und setzen hier oben für das babylonische Reich 70 Jahre Dauer an und zwar von 609 vor Christus. In dem Jahr eroberten die Babylonier Haran, was zur Niederlage des letzten assyrischen Königs Assur-Ubalid II. führte und damit endete das assyrische Reich und begann das babylonische Reich. Damit haben wir dann also hier volle 70 Jahre für das babylonische Reich. Bis ins Jahr 539 vor Christus, das Jahr, in dem Daniel 9 geschrieben wurde. Das war dann gleichzeitig auch das erste Jahr des Darius. Dann setze ich für die Eroberung Jerusalems das Jahr 605 vor Christus voraus. Mit diesem Jahr beginnt für mich auch die babylonische Gefangenschaft und die dauert dann bis ins Jahr 535 vor Christus. Die letzte Frist hier unten, die ich mit 70 Jahre babylonische Gefangenschaft laut Bibel beschrieben habe, die löschen wir mal und ändern die in die Frist 70 Jahre ohne Tempel. Der Tempel wurde im Jahr 586 vor Christus durch Nebukadnezar zerstört. Und wenn wir hierfür auch 70 Jahre ansetzen, dann kommen wir genau ins Jahr 516, 515 vor Christus. Ein Jahr differiert das immer wieder mal bei den biblischen Zahlen. Das liegt daran, dass zum Beispiel das Krönungsjahr eines israelischen Königs immer taggenau gerechnet wurde. Also wenn im Jahr 800 vor Christus ein israelischer König gekrönt wurde und das im Juli war, dann wird das Jahr 800 als seine Krönung angesehen. Wenn das in Babylon passiert ist, dann ist das erst das Jahr 799 vor Christus, weil in Babylon erst ab dem ersten vollen Regierungsjahr gerechnet wird. Und daher rührt diese Differenz von einem Jahr, die man immer wieder in biblischen Jahreszahlen findet. Damit hätten wir dann also drei Fristen. Einmal 70 Jahre babylonisches Reich, einmal 70 Jahre babylonische Gefangenschaft und einmal 70 Jahre ohne Tempel. Das ist ein sehr interessantes Ergebnis, wie wir gleich noch sehen werden. Ich habe hinten dann nochmal für das Jahr 445-444 vor Christus den Mauerbau unter Nehemiah ergänzt. Im Jahr 445-444 wurde ja ein Edikt von Ataxerxes erlassen, dass die Mauern von Jerusalem wieder hergestellt werden dürfen. Dieses Jahr wird immer wieder als Beginn der 70-Jahr-Wochen verwendet. Und weil das so populär ist, habe ich das der guten Ordnung halber hier noch ergänzt, hat aber für unsere Analyse jetzt keine weitere Bedeutung. Aber so wären mal die Fristen, wie ich sie einordnen würde. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Konsequenzen das für die Auslegung hat. Ja, das finde ich ist ein ganz großartiges Ergebnis, dass wir jetzt drei Fristen von jeweils 70 Jahren haben. Einmal 70 Jahre babylonisches Weltreich, einmal 70 Jahre Exil der Juden in Babylon und einmal 70 Jahre ohne Tempel. Ich glaube, dass der Daniel darüber nachgedacht hat. Im Jahr 539 ist ja Darius König geworden und er hat gesehen, dass das genau 70 Jahre waren. Der hat wahrscheinlich gedacht, Moment mal, das Persische Weltreich, das ist ja im Jahr 609 angefangen und im Jahr 539 ist das zu Ende. Das sind ja genau 70 Jahre. Und dann hat er sich aufgemacht, wie in Daniel 9 steht, dass er achtete in den Büchern auf die Zahl der Jahre. Und dann sucht er nach diesen 70 Jahren. Vielleicht hat er gedacht, das babylonische Weltreich dauert genau 70 Jahre. Da war doch irgendwas in der Bibel, in Jeremia stand da doch was über 70 Jahre. Und dann hat er sich die Schriften geholt und hat dann darin nachgeforscht. Und die erste von den drei Fristen, die konnte er identifizieren, weil er ja selber sieht, dass Darius jetzt auf dem Thron ist und dass das babylonische Weltreich beendet und besiegt ist und das Persische Weltreich da ist. Also diese erste Frist, die hat er selber miterlebt. Im Jahr 539 war das dann soweit. Und vielleicht hat er dann überlegt, weil er hat ja dann Jeremia gelesen, dass die babylonische Gefangenschaft Israels auch nach 70 Jahren enden sollte. Und er selber ist im Jahr 605 vor Christus bei der ersten Deportation nach Babylon gekommen. Und wenn er dann gerechnet hat, von 605, 70 Jahre lang, dann kommt er ins Jahr 535. Also vier Jahre später, als Daniel 9 geschrieben war. Als dann der Daniel vier Jahre später das dann gesehen hat, dass der Kyrus dieses Erdikt erlässt, ja, im Jahr 535 und die Juden wieder nach Hause ziehen, sieht er, dass die zweite Frist auch in Erfüllung gegangen ist. Und vielleicht hat er sich dann Gedanken gemacht über den Tempel und hat gesagt, Moment, der Tempel, der ist ja nochmal 19 Jahre später zerstört worden. Also im Jahr 605 hat Nebuchadnezzar ja Jerusalem erobert, aber weder die Stadt noch den Tempel zerstört. Aber Stadt und Tempel sind dann 19 Jahre später, im Jahr 586, 87 zerstört worden von Nebuchadnezzar. Und der konnte ja von da aus auch rechnen. Und der konnte ja sagen, also wenn man 587 nimmt und dann 70 Jahre rechnet, kommt man aufs Jahr 517. Kann es sein, dass in den Jahr 517, 516, 515 irgendwo in der Größenordnung der Tempel wieder erstellt worden ist? Und diese Frist hat Daniel nicht mehr erlebt, weil zur Zeit der Fertigstellung des Tempels, da war er nicht mehr am Leben. Aber wir können das verstehen, weil wir im Nachgang jetzt sehen, dass der Tempel, das genaue Jahr weiß man nicht, der unter Serubabel wieder gebaut worden ist, dass das um das Jahr 517 auch gewesen ist, dass der fertiggestellt worden ist. Das heißt also, wir haben auch 70 Jahre Frist für die Zeit ohne Tempel. Und damit haben wir dreimal 70 Jahre. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Daniel darüber nachgedacht hat und dann auch gelesen hat in Jeremia 25, dass die Rückkehr des Volkes nach 70 Jahren, nach seiner Rechnung dann im Jahr 535, also noch vier Jahre war das dann noch hin, dass er daraufhin Buße getan hat. Weil in Jeremia 25 steht, wenn ihr von Herzen Buße tut, führe ich euch wieder nach Hause. Und als er dann dieses Bußgebet anfängt, da kommt der Engel zu ihm und sagt, da ist ein Wort ausgegangen, als du angefangen hast zu beten und ich bin gekommen, um dir zu erklären. Und vielleicht war die Frage des Daniel auch, sind es dreimal 70 Jahre? Und die Antwort des Engels war, nein, es sind nicht 70 Jahre. Es sind 70 Jahr Wochen. Es sind 70 Siebener. Und das ist das Wortspiel, was wir in Daniel haben. Also das würde ganz wunderschön zusammenpassen, dass der Daniel diese dreimal 70 Jahre findet und dann danach fragt. Und das eigentlich seine Frage ist, sind es 70 Jahre, bis wir wieder zurückkehren und bis Jerusalem wieder hergestellt wird? Und die Antwort des Engels ist, nein, es sind 70 Jahre Wochen, bis Jerusalem und Israel wieder hergestellt wird. Und zwar im tausendjährigen Reich, am Ende der Zeit. Das würde dann Sinn ergeben. Dann versteht man dieses Wortspiel, was der Engel dort in seinen Worten da vornimmt. Und man versteht, warum das eine Antwort war auf eine Frage von Daniel, die vielleicht bislang noch nicht ausreichend gestellt worden ist. Aber dann würde das alles Sinn machen und rund sein. Und diese Prophetie der 70 Jahre Wochen ist natürlich extrem kompliziert. Und deswegen sagt der Engel ja auch zu Daniel, achte darauf und schau gut, wie ich dir das sage. Weil du musst erst zweimal von 605 rechnen und die letzte 70. Jahrwoche, die ist auch nochmal davon abgetrennt. Er spricht ja von sieben Jahrwochen und 62 Jahrwochen und dann nochmal in einer siebten Jahrwoche. Und diese siebte Jahrwoche ist noch nicht da. Ja, die kommt erst noch. Da habe ich auch einige Videos drüber gemacht, will ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern, warum das so ist. Aber wenn diese letzte 70. Jahrwoche voll ist, dann fängt das Millennium an. Dann fängt das Reich Jesu Christi an, das weltweite Gottesreich, wenn man so sagen will. Dann wird Israel tatsächlich wieder hergestellt. Und zwar vollends. 4.000 Jahre. Mit Tempel, mit Priesterschaft, mit Hohem Priester. Jesus Christus, der der Hohepriester ist, dann über die ganze Welt. Und die Ausgangsfrage von Daniel war, das ist so eine große Verwüstung, die wir hier sehen im Land. Und die Verwüstung Jerusalems, hat die ein Ende nach 70 Jahren? Und der Engel sagt, nein, die Verwüstung wird ein Ende haben nach 70 Jahrwochen. Dann wird die Verwüstung ein Ende haben. Und die Verwüstung, die du jetzt siehst oder von der du glaubst, dass das Verwüstung wäre in Israel, das ist noch keine Verwüstung. Denn wenn du die 70 Jahrwochenberechnung vornimmst, dann kommst du auf Kyros und auf Antiochus Epiphanes. Und die beiden kommen in der letzten 70. Jahrwoche wieder und werden das komplette Land Israel komplett verwüsten. Denn es wird eine große Verwüstung sein. Diese Verwüstung wird bis zum Ende gehen. Und es wird einen Gräuel der Verwüstung geben. Und diese Dinge, die stehen noch aus. Und in dem Zusammenhang sehe ich dann, wenn man so einen Schritt machen will, auch in die aktuelle Politik, in dem Zerwürfnis, in diesem tiefen Zerwürfnis, was wir in Israel sehen, zwischen Nord und Süd. Weil das meiner Meinung nach darauf andeutet, dass Israel zerbrechen wird in zwei Teile. Und dass das der Anfang der Verwüstung ist, die kommen wird. Der Norden, der wird komplett überrannt werden. Der wird menschenleer sein, sodass ein Mann so wertvoll ist wie Gold von Ophir, weil niemand mehr dort wohnt im Land. Butter und Honig wird der Überrest essen, bis er weiß, Gutes und Böses zu erwählen. Das steht in Jesaja 7. Das ist dieser wiedergeborene Überrest in der Endzeit in Jerusalem. Der wird deswegen Butter und Honig essen, weil das Land so menschenleer ist, dass Butter und Honig im Überfluss da sind. Honig war damals sehr rar, sehr süß und auch sehr begehrt. Aber weil kaum noch jemand im Land wohnt, ist ausreichend Honig in den Wäldern und ausreichend Milch auch da, weil man kaum alle Tiere melken kann. Und Milch im Überfluss da ist so viel, dass man sogar Butter daraus machen kann. Das spricht von dieser letzten großen Verwüstung im Land Immanuels. Das ist keine sehr schöne Perspektive für Israel, aber ich glaube, wir kommen da nicht drum herum. Und auch das möchte ich noch mal ergänzen. Wir haben sicher dieses große Zerwürfnis jetzt in Israel zwischen Nord und Süd. Das deutet meiner Meinung nach auch darauf hin, dass Israel auseinanderbricht in zwei Teile. Aber ich glaube noch nicht, dass das so kurz vor der Türe steht. Sondern da müssen noch einige Dinge auch vorher eintreten. Paulus spricht im 2. Thessalonischer 2 davon. Das geht nicht so hoppla hopp. Aber ich glaube, dass wir mit dieser Sichtweise, die wir hier gewinnen, also eine sehr schöne Perspektive bekommen über die Geschichte, über die Gottesgeschichte bis zur Endzeit. Und ich bin so ein bisschen traurig darüber, dass dann solche Aussagen gemacht werden, wie wir müssen jetzt die 70 historischen Jahre umrechnen in 69. Dann müsste man ja auch die 67 Jahre israelischer Gefangenschaft, müsste man dann ja auch noch mal umrechnen, in dann vielleicht 66 Jahre. Das ist so sehr an den Haaren herbeigezogen, so konstruiert. Und es widerspricht auch einfach dem Bibeltext. Weil es gibt eine 70-jährige babylonische Gefangenschaft, wie ich ja im Video auch gezeigt habe. Und ich glaube, man muss da einfach enger im Text sein. Ich kann das nicht verstehen, warum das so gehandhabt wird. Aber mit dem, was wir jetzt wissen, wir haben ja einen ganzen Strauß von Wissen jetzt eigentlich zusammengesucht über Daniel. Mit dem Wissen müsste man eigentlich jetzt mal ganz zurück an den Anfang gehen. An den Anfang der Videos über die 70-Jahr-Wochen oder vielleicht sogar noch weiter zurück bis an den Anfang der Daniel-Prophetie, überhaupt bis zum Standbild. Und dann könnte man sehen, dass das Standbild keine zwei Beine hat, sondern vier Schenkel, dass die beiden Beine nicht in Italien stehen, sondern dass das vier Schenkel sind, vier Generäle, die auf Alexander den Großen gefolgt sind. Und die vier Schenkel deswegen im Nahen Osten stehen müssen, im Zweistromland. Dann könnte man sehen, dass das eine ganze, komplette Linie ist. Ich mache das ja seit vielen Jahren eigentlich und ich bin froh, dass ich immer noch auf die ersten Videos verweisen kann und da nichts ändern muss dran. Also man kann sehen, dass das ein kompletter Fluss ist. Das ist ja auch zum Teil auch widersprochen worden, zum Teil auch mit berechtigten Argumenten. Ja, ich kann das gut verstehen, weil wir das natürlich immer anders gelehrt bekommen haben. Aber wenn ich sehe, wenn jetzt hier 70 in 69 Wochen umgerechnet werden mit dieser prophetischen Jahresberechnung, die vollkommen abstrus ist und auch nicht glaubwürdig, das schadet ja auch irgendwie der Prophetie, dass man diese Berechnungen da macht, da hat der Engel nie was von gesagt, dann ist natürlich klar, dass wir schlecht unterwiesen sind in den Dingen. Und wenn man sich erneut mit diesem Wort Gottes beschäftigt, dann sieht man, dass das eine feine Struktur hat und dass das auch zusammenpasst. Und das, was ich mache, sind keine so Inselerkenntnisse, dass ich so einzelne Texte rausnehme und die für sich dann irgendwie interpretiere, sondern mein Ansatz ist, das muss alles ineinander passen. Das muss von Anfang bis zum Ende ineinander passen, wie ein Werkstück, was sauber gearbeitet ist. Und das haben wir in Gottes Wort. Gottes Wort ist wahr. Also das wäre jetzt natürlich schön, wenn man so nochmal zurückgehen könnte, ganz an den Anfang der Videos und das so Stück für Stück sieht, wie das aufgebaut ist, wegen mir auch mit allen Kommentaren und allen Kritikpunkten, die da auch geäußert worden sind. Ich freue mich immer über Sachkritik, persönliche Kritik mag ich nicht so gerne. Es geht ja nicht darum, auch Leute abzuqualifizieren. Ich will auch den Roger Liby da jetzt nicht abqualifizieren. Ich glaube, dass er da irrt in den Themen, die er da so auslegt über Daniel. Aber das hat ja nichts damit zu tun, und dass ich den als Bruder in Christus und als gläubigen Christ sehen würde. Das ist davon ja unabhängig. Ich zeige ihn halt nur, auch um das nochmal zu ergänzen, weil er halt die Instanz in der evangelikalen Welt ist für diese Dinge und viele auch seine Predigten hören. Aber ich bitte einfach darum, vergleicht das an Gottes Wort doch deutlich und klar, damit ihr einfach eine klare Basis habt. Und wir sind Christen, wir glauben nicht alles. Das muss man vielleicht auch sagen. Und zwar in dieser Hinsicht genauso wenig wie in manchen politischen Dingen, die uns draußen erzählt werden. Das wird ja immer Hanebüchener. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass da irgendwie ein Geist ausgegossen ist in der Zeit, in der wir leben. Dafür ist diese Lügerei einfach zu groß, die wir in den Medien erleben. Dazu passt für mich diese Dinge, die wir hier in Daniel finden, die für mich auch zum Teil einfach erstaunlich sind. Ich freue mich da immer wieder drüber, wie viel man da finden kann in Daniel. Und Daniel sagt, dass für die letzte Zeit viele kommen und in Daniel Weisheit finden werden. Es sind nicht nur einige, es sind viele. Das ist aber für viele neu, weil viele in dieser Theologie so unterrichtet sind und die eigentlich eine Theologie verteidigen, statt Gottes Wort zu verteidigen. Und das hat noch nie Sinn gemacht. Aber vielleicht trennt sich da auch ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das war zur Zeit Luthers ja auch so. Er hat gesagt, zurück zum Wort. Während viele die katholischen Dogmen verteidigt haben, hat er gesagt, wir müssen zum Wort Gottes zurück. Da ist Freiheit und da ist das Ende der babylonischen Gefangenschaft, der Christenheit. So hat er das genannt. Und den Eindruck habe ich manchmal heute auch, dass wir weg müssen von den Dogmen, die zum Teil einfach nicht stimmig sind. Auf den ersten Blick vielleicht. Und wenn man seine Bibel nicht gut kennt, dann ist man natürlich da sehr ehrfurchtsvoll vor den Auslegern und sagt, die kennen sich aber gut aus. Aber wenn man sich da ein bisschen reinarbeitet, dann merkt man, dass das auf Tönern und Füßen steht. Und das ist ein Stück weit auch Inhalt von meinem Kanal. Ich möchte gerne zeigen, wie es in der Bibel steht. Und dann zeige ich auch, wie die allgemeine Lehre ist, wie die allgemeinen Dogmen sind dazu. Und ich zeige auch die Schwächen der Dogmen. Ich lege das ganz offen. Ich verheimliche auch nichts von dem, was ich hier habe. Ich zeige alle Quellen. Ich kopiere euch die Bibelstellen. Ich rechne das nach. Ich zeige euch die historischen Quellen und die Bibelstellen in Daniel und in Jeremia und in Jesaja, damit man die alle auch selber nachprüfen kann. Aber ich erwarte das natürlich auch von anderen Brüdern, die das auslegen. Deren Sachen muss man dann auch einfach mal anschauen. Und wenn man die auf den Prüfstand legt, dann sieht man da einfach, dass manches einfach nicht haltbar ist. Das ändert aber nichts daran, dass das Wort Gottes wahr ist. Und das ändert auch nichts daran, dass wir auf der einen Seite solche großen, krippalen Infekte sehen, die uns sehr teuer geworden sind, die uns verkauft werden als irgendetwas anderes. Wir sehen, dass Israel innerlich vollkommen zerrötet ist. Vollkommen. Die versuchen mit Händen und Füßen das Land zusammenzuhalten. Und es bricht ihnen unter der Hand, bricht ihnen das weg. Das wollen viele israelfreundliche Pastoren auch noch nicht wahrhaben. Das wird aber kommen. Ich bin da fest von überzeugt, dass das kommt, weil das in der Bibel so steht. Und die Theologien mögen irren, aber das Wort Gottes, das irrt nicht. Und das zu unterscheiden, das Trennspreu vom Weizen. Und dass das alles so zusammenkommt, dieser gigantische Grippe-Effekt hier, den wir hier haben, dann irgendwelche Umweltschutznöte und Fragen, diese Auseinandersetzung, dieses tiefe Zerwürfnis in Israel, was kurz davor steht oder davor stehen könnte. Wie gesagt, die Zeit ist meiner Meinung nach nicht, aber dass man sehen kann, dass dieses Land zerbricht, dass wir so viele Dinge in Daniel finden, das sind für mich Sachen, die erstaunlicherweise so zusammenkommen. Und wo ich sage, wahrscheinlich leben wir in der Endzeit. Und es ist Zeit, dass wir unser Leben aufräumen. Ich werde nicht müde, das zu sagen, dass wir umkehren zu Jesus Christus. Und nicht nur sagen, ich mache jetzt auch mit, sondern um zu Gott zu finden und zu Christus zu finden, muss man manchmal laut rufen und lange, wochenlang, monatelang Fragen suchen, vielleicht mal auf den Knien beten und nicht einfach nur sagen, ja, ich akzeptiere das jetzt auch, diese christliche Lehre. Das ist nicht genug. Ihr müsst Gott anflehen und anschreien und dann will er hören. Ich sage das auch bewusst so, weil die Bekehrung, die Umkehr zu Gott und zu Jesus Christus ist eine enge Pforte. Das geht nicht so im Vorbeigehen. Gut, ich will das nur nicht unerwähnt lassen, weil das wichtig ist. Ob Daniel sich jetzt erfüllt, so oder so, das sei mal dahingestellt. Das ist nicht so sehr heilsentscheidend. Das gehört meiner Meinung nach zu einer sauberen Lehre dazu und finde ich auch spannend und auch interessant, aber das ist nicht heilsentscheidend. Heilsentscheidend ist, ob wir uns zu Jesus Christus bekehrt haben und ob wir wiedergeboren sind. Und das kann man nicht selber machen. Das ist keine Willensentscheidung, sondern das ist eine Entscheidung Gottes. Und die muss man herbeiflehen. Ich sage dieses alte Wort bewusst, weil das ist so. Das muss herbeigebetet werden. Das kann man nicht irgendwie durch intellektuelle Anstrengungen machen. Von neuem geboren zu werden, Gottes Wort zu erkennen, Jesus Christus zu erkennen, der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, das ist ein Geheimnis. Das kann man nur von Gott erbitten. Und wenn jemand angerührt ist von diesen Texten und sagt, Mensch, hier tut sich was, hier bewegt sich doch was in der Bibel, mit dem Standbild und mit der Wiedergeburt Jerusalems und mit Joel und mit Sacha, und Jesaja und Daniel und Offenbarung, dann muss man eigentlich wach werden. Da müsste man doch wachgerüttelt werden. Da müsste man ja geradezu ein, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, eine Leiche sein, um nicht zu merken, dass sich hier was bewegt. Deswegen ist mein Glaubensaufruf nach diesen prophetischen Texten ist mir immer wichtig. Jesus Christus, der ist die Wahrheit und der Weg und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Das vergesst bei dem Ganzen nicht. Trotzdem freue ich mich darüber, was wir hier finden können und dass wir dreimal 70 Jahre finden können und plötzlich sehen, der Engel sagt, nee, das sind nicht Jahre, Daniel, das sind Jahrwochen. Dass wir verstehen können, nachvollziehen können, wie Daniel diese Fristen gesehen hat, aus der sichtbaren Welt, dass der Darius da war und dann ins Wort Gottes geht, finde ich auch toll und auch wichtig, machen wir ja auch. und dass wir finden können, dass diese 70 Jahre ohne Tempel auch da hineinpassen. Und der Engel dann sagt, nee, das sind jetzt keine 70 Jahre, Daniel, das sind Jahrwochen und die sind so und so unterteilt. Ich finde das so schön, weil es wird rund und stimmig. Gut, ich schließe hier. Ich danke sehr fürs Einschalten. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Eine Sache muss ich noch nachschieben, die mir kurz nach Fertigstellung meines Videos noch gekommen ist. Und zwar haben wir ja dreimal 70 Jahre als Fristen. Die erste Frist betrifft das Ende des Babylonischen Reichs. Die zweite Frist betrifft die Rückführung Israels aus der babylonischen Gefangenschaft. Und die dritte Frist beendet die Zeit ohne Tempel. Und diese drei Fristen sind inhaltlich auch das, was geschieht in der letzten Zeit. Denn Babylon wird zerstört, in Anführungsstrichen. Die Hure Babylon wird zerstört weltweit. Israel wird aus seiner Zerstreuung wieder nach Hause finden. Denn das Land Israel wird nicht nur zerstört werden und verwüstet werden, sondern Israel wird zerstreut werden unter alle Völkern noch einmal. Und dann wird Israel in der letzten Zeit aus allen Völkern wieder gesammelt werden, wenn Jesus Christus wiedergekommen ist in Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg. Dann wird ganz Israel gerettet werden, Römer 11. Und dann wird der Hesekiel-Tempel gebaut. Das ist das dritte. Dann ist die Zeit ohne Tempel vorbei. Das heißt also, diese dreimal 70 Jahre, die Daniel hier identifizieren kann, das ist exakt das, was in der Endzeit wieder passiert. Die Hure Babylon wird zerstört. Israel wird heimgeführt aus allen Völkern. Und die Zeit des Tempels ist vorbei. Also das ist etwas Wichtiges, was ich gerne noch nachschieben wollte, weil das die ganze Sache noch ergänzt und rund macht. Ich freue mich da sehr drüber. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Ich werde Schrauben Ja, So. Es passiert wow. Vielen Dank.